hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal hier bei poli lol champion turnier champion turnier finale smiley und der holy wir spielen gegen die robert striker und falls ihr auch vielleicht mal ins finale kommen wollt müsst ihr natürlich nur liken kommentieren abonnieren in die video beschreibung schon mal ein twitch account folgen im item shop mein creator code eingeben holy lol und natürlich ist das ohne gewehr das heißt nicht dass ihr ins finale kommt wenn ihr mir folgt so keine garantie also lustig ich hoffe es wird sehr lustig was sind die oh gott beide beide champ 2 natürlich okay ja nicht ablenken lassen war ein gefährlicher block aber habe es geschafft ich habe böse leck gehabt das war ich habe ihn nicht aber ich habe nur wieder leck und nein ich habe verbindungsprobleme das im finale was das denn für eine scheit also ich habe lecks ohne ende hilfe richtig mal wieder ein es ist ja da ich habe ja guck mal in 355er ping was das denn ich sehe das ich sehe das bitte nicht ja bitte nicht ja schon wieder legt kann nichts machen zu drehen der ist trainiert was ist das denn bei mir internet mäßig läuft aber alles das hatte phoenix aber auch schon mal was das denn ich gehe kaputt und genau immer auch in den selten dämlichsten zeitpunkten sind das geplant ist vom spiel ja schon wieder weißt du mich noch im discord ja nur wenn zwischendurch hast du mal kurz ab aber den musst du haben spammt den wenn ich kann oh nein ich habe ihn nicht oh ich glaube mein internet hat sich wieder gefangen das hat ihn nicht reingemacht hat das von open net ich wollte vor dem bumpen der springt dann noch mal ab du ja ich bin zerstört was ein schön wieder eine ecke war wirklich wusste nicht ob du na alles gut das war gut dann konnte ich ein paar pets einsammeln ja ja jetzt hat sich du musst ein bisschen mir den ball vielleicht übernehmen weil ich habe keinen boost mehr überall ist boostless ja geht mein bestes der ist drin wie es ja dieses unter post dieses scheiß mit das mit dem internet es hat mich total jetzt rausgenommen das tut mir leid das war ein kumpelmeinfehler alles gut nein nein alles gut alles gut ja ok ok den habe ich nicht weiter oh schade oh nach rechts knapp aber gut ja ich habe nicht mehr schneller gekriegt ich habe nicht mehr schneller gekriegt deswegen habe ich wow wow gut meine fingerspitzen sind eiskalt weil du so fester auf die tasten drückst ey ne ich glaube weil mir wieder die luft von dem katzentor an die finger zieht ja ok das kann natürlich auch sein oh nein ich hänge ich bin auch fast hängen geblieben naja das war jetzt kacke ich bin am forsten geblieben war nicht mehr schnell genug und dann war ich zu langsam vorne du warst ein bisschen zu nahe zu nahe zu nahe ja nein ja aber ich wollte mich eher da gewesen dann wäre das problem gar nicht gar nicht mehr da ist was geworden ja deswegen weil ich am forsten dem vielleicht zu spät erbarmt mich natürlich was ein ja ich glaube das dem bus lasse auch mein spiel ist abgeschmiert und erst mal interniert jetzt das spiel ich versuche alles den den gasten sauber zu halten ja da steht auf gegner warten was ist das jetzt ich bin ich bin alles noch gut alles noch gut mal ich habe die im griff ich kann nicht beitreten doch 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 kommt gleich was auf alles noch im griff alles noch im griff smiley noch noch ist im glück nein ich habe ich bin gespawnt und habe ich die arzt bei mir die ganze zeit geflackert ich hätte schon längstens losfahren können da hätte ich ihn gehabt dann sind sie so ehrenlos und gehen trotzdem drauf ja ja ich hatte ich hatte so relativ gut im griff bis auf diesen haben sie mich dann einmal überspielt ja ist gut ja ja und jetzt wäre es ein tor gewesen oh come on nein kriegen wir noch der geht wirklich drauf guter pass ja man da ist der sieg da war ich ein bisschen lost weil ich habe den booster genommen und dann stand der gegner noch vor mir aber wir haben die erste runde gewonnen vom finale trotz lex trotz rausfliegen internet abgekackt lex spiel abgekackt und wegen machen das trotzdem wir sind einfach gut wir sind die besten das kann die knicken guck mal wie schön ich den unter ihm durch gespielt habe da in der ecke auch die faken die faken die faken die faken verdammt ja 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 das war nicht so optimal dass ich dann nochmal drauf wenn ich unterschätze die leute weißt du mach mal mein gehirn ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin siehst du mehr braucht es gar nicht mal was der für den bogen macht nach unten schön einmal angetappt ja 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 alter was ein pass hier was für ein schuss nein das mein ort hat er mein bus geklaut nein direkt zum zx irgendwas habe ich auch leider den ball nicht mehr berührt gehabt hat er auch noch weg bebaumt hat er den gut abgelegt da noch mal zwei leute die daumen kommt am besten drückt die daumen wenn ihr den daumen nach oben drückt hat er geklappt ich hoffe ihr irgendwer von euch und erst mal die macht noch hundertprozentig bin mir fast sicher drückt weiter die daumen jeder den daumen nach oben drücken umso mehr tor geschießt hoch 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 wieder weg wieder weg aber wieder was gut es klappt ich hoffe das sieht man in der aufnahme wie das leckt ja ich sehe das ja auch ja ok dass du da ab und zu mal 500 penguen zu hast ey das was ist denn das ja die wollen das ein bisschen schwer für uns machen ja das machen die doch extra von von epic nein ja bammt mich noch oh schade der hat auch kein bus weg ich musste ihm die ganze zeit ausweichen deswegen konnte ich da nicht mehr zum ball an dem pass ich wollte mich auch schon wieder wegbomben also turnen und dann hole ich mir bloß ja oh nein oh nein oh nein oh smiley ist da smiley ist da man flutsch und weg flutschfinger flutsch und weg kennst du den film nee ich hab immer gerne als kind geguckt hast du ihn vielleicht schön ja da hatte ich keine gute vor allem nicht nur 4 lives und ich hab den oh schönes den alter der wieder war ja mal anders pfff oh man ey im auch geht doch nicht rein Doppelfosten das wär so ein schönes tor geworden das wär richtig nice gewesen holy moly oh man jetzt hat er wirklich noch meinen bus genommen und der stört mich ja die können nix anders aus das ach ok ich sehe gerade wir sind gar nicht mehr in einem team ne weil du ja mal ausgefunden bist ja stimmt da war ja was verworte jetzt noch mal den bus gekriegt am schluss das muss ich mir noch mal angucken sorry ja kein problem machen wir ja genau wir mit der schnauze noch mal mit ihm ne ey geh rein oh nicht auf dir landen alles gut ich hab mal so weg zu kommen oh ah doch bist du auch schön du weißt also was für Fehler ich mache sehr gut ja ab und zu ansonsten ab und zu rieche ich das ah der jetzt wird er schon wieder weg gebummt nein ich kann nicht mal ihn bumpen weil ich keinen boost mehr hatte am ende der hat auch keinen boost oh oh hab ihn nicht hab ihn gefakt oh ach fahr mal nach hinten du ja 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 fahr runter aaaaah ooooh oh oh shit oh shit oh shit tut er schädel oder ihr zuerst? ja doch jetzt mach es auch noch ja ich wusste nicht was jetzt schön genau so richtig so stand es jetzt genau richtig aber brauche ich gar nicht sieben leute wir gewinnen wir gewinnen dieses verdammte tuniert wir gewinnen das einfach das geht aber auch schon genug lange muss ich sagen natürlich anlegen jetzt das letzte mal dieses symbol gesehen haben wir sind die champions smiley let's go let's go einfach nur champ turnier gewonnen hat richtig abgesagt wie viele punkte hat es gegeben 5000 einmal und 13.000 18.000 punkte nice smiley richtig nice smiley ich sag dir eins diese woche war einfach unfassbar geil es hat wirklich spaß einfach bestialisch wir haben sie einfach alle zerstört wir haben die ganze woche nur ein einziges spiel verloren und nicht mal eins im finale das war sogar eins im halbfinale der freitag ist vorbei wir haben gewonnen es gab lex es gab spielausfälle es gab komplettes durcheinander und trotzdem haben wir dieses turnier geholt dank natürlich auch unserem schweizer smiley wie verabschiedet man sich auf der schweiz grezis hallo und hier die grüße an meine kanalmitglieder an die lauten unterstützer vielen dank phoenix tombstone ak sw vielen dank für eure unterstützung